Servus Leute, was geht? Ich bin Igor Amazorti und willkommen auf meinem Kanal zurück. Ja Freunde, heute das Video, ich dachte mir, wir reagieren auf Dymarok-Druck auf dem As-Lax-Kanal. Ich bin sehr gespannt, sehr gehypt, legen direkt los, jetzt. Ja, ich habe ihn vermisst, Dymarok, Frankfurter Junge, damals bei Halunkenbande und der Vertrag. Dachte eigentlich, dass dir ordentlich was reichen wird, hatte er aber da nicht. Keine Ahnung warum. Und ich habe längst nichts von ihm gehört, deswegen bin ich gespannt, wie er jetzt abliefern wird. 7000 Daumen da oben sind schon mal eine Ansage. Interessante Wortwahl von Dymarok. Ich dachte eigentlich, dass er, ich habe ihn ein bisschen vermisst. Damals hat man bei Halt die Fresse mit Sadiq ja gesehen, was er drauf hat zu flottechnisch. Das wird hier fortgeführt. Und ich bin überrascht, dass er weiterhin so eine Fälle macht und steht ihm ganz gut, dass er jetzt auf dem As-Lax-Kanal ist. Finde ich interessant. Ist der dauernd dort unter Vertrag? Passbefehl? Wusste ich gar nicht. Connected wie er ja, denke ich mal, weil er auch Frankfurter ist. Also, holy shit. As-Lax-Motherfuck. Haftbefehl am Start. Also, denke ich schon, dass er unter Vertrag ist dort. Top-Dern-Album. Hm, gerade mal gucken. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich lass Druck ab. Maske runter. Egal was passiert. Heute fick ich meinen Bunker. Ich lass Druck ab. Ich lass Druck ab. Kokainstein wird zur Pulver. Herr Ruhig, lass Druck ab. Er lässt Druck ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich find, in der Stimme find ich irgendwie krass, dass sie so schreit. Er schreit ja praktisch und rappt. Das aggressive, das Schreien, das, der Matt ist aggressiver noch. Und das find ich irgendwie krass. Skur runter. Egal was passiert. Heute fick ich meinen Bunker. Ich lass Druck ab. Ich lass Druck ab. 100 Millibar in dem Magen von der Puta. Communication in Englisch. Irish Guys aus Dublin. Transported Girls. Across the Atlantis. Gazah Bay. Herobis mit Kurden aus Martin. Auch sein der Wortwahl finde ich sehr interessant. Also, der hört mir einfach die Straße raus, sag ich mal. Und, wie gesagt, ich bin kein Reimzähler. Wie ich immer sage, ich bin kein Reimzähler, kein Musikexperte. Mach es nur, dass ich auch Spaß an der Freude. Und bei solchen Tracks hab ich immer übelst Spaß. Kontakt von Aikot heißt Ort, Ackmin Hafte. An die Shababs am Block, an die Ammos im Kaffee, an die Harragos. Auf Trafik, die jagen nach Mandel. Fahr mit 180, komm heim. Aß von nach Paul. Da gerade mit dem Flow hat das sich ein bisschen angehört wie Abdi, finde ich. Also, so ein bisschen fein ist das schon. Ich hoffe auch, dass Aslaks das Video nicht sperren. Ich hab schon mal eine Live-Fraktion gemacht zu, glaube ich damals, Abdi und Shilo. Und, die wird leider gesperrt. Deswegen hoffe ich, dass diese Reaction drum bleibt. Also, meiner Meinung nach ein würdiges Comeback von dem Marok. Wie gesagt, man hat damals eine Polizei gesehen. Leider nicht ausgeschöpft, meiner Meinung nach. Aber, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Auch die Adlabs finde ich ziemlich nice, Video. Ich mag halt die hektischen, schnell geschnittenen Gangster-Rap-Videos, wo die Welle gemacht wird. Feier ich immer abnormal. Das wurde hier umgesetzt. Und, dementsprechend, Daumen nach oben. Jetzt ein Bridge und dann wahrscheinlich wieder die Hook, nehme ich an. Also, schön ist Holz von Frankfurt, wenn das Frankfurt ist. Keine Ahnung, es war nie in Frankfurt. Krasses Video. Er lässt Druck ab. Mache ich auch manchmal. Und, auf jeden Fall würde ich sagen, abonniere meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Hier gibt es Reaktionen, Vlogs, andere Sachen, Sachen, wo ich teste und so. Abonniere meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Aktiviert die Glocke, würde mich auch sehr freuen. Oder würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in den Videos. Bis dort, immer gut.